Endlich mal wieder ein deutsches Unternehmen in der Analyse. Wir schauen auf die Sartorius AG, einem Pharma- und Laborzulieferer, der allerdings im Zweiten Weltkrieg beispielsweise durch Zwangsarbeit profitiert hat und unter anderem wichtiger Lieferant für die Waffenherstellung in Deutschland war. Wie die Aktie heute in Marktpositionen, Kennzahlen, Risiken und Prognose abschneidet, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Ein Dank geht raus an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemmer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du den Kanal unterstützen möchtest, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Das Unternehmen besitzt im Kern zwei Sparten. Die Sparte BioProcess Solutions kümmert sich um Trendverfahren von Stoffen, Fluidmanagement und Fermentation, also der Umwandlung organischer Stoffe. Ihre Produkte fokussieren sich auf die Produktionsprozesse der biopharmazeutischen Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich vor allem auf Laborinstrumente und Laborverbrauchsmaterialien. Zu den Produkten, damit ihr euch selbst einmal ein Bild machen könnt, gehören beispielsweise solche Vakuum-Filtrationseinheiten, die sogenannte Octet-R-Series für Molekularanalysen in Echtzeit oder das Produkt LifeCell, ein Deep Learning Datensatz für Zellsegmentierung mit Naturmethoden. Von physischen Verbrauchsgütern bis hin zu Datensätzen sind also hier sehr viele unterschiedliche Produkte dabei. Der Markt teilt sich in 2018 auf verschiedene Untersegmente auf, in denen Sartorius übergreifend vertreten ist. In dem Marktsegment Life Sciences sind sie unter anderem auch verstärkt seit dem Zukauf von Teilen des Life Science Geschäfts von Denner her seit dem Jahr 2020 aktiv. Dieser Bereich umfasst grob gesagt im Markt viele Labor- und Bioprozesstechnologien. Das Segment Services und Labortechnik, hier einmal zusammengefasst, macht ca. 25% des Weltmarktes für Analyse, Bio und Labortechnik aus. Und selbstverständlich ist auch hier Sartorius stark vertreten. Aber auch Produkte aus der Spektrometrie, sonstigen Analysetechniken und Chromatographie finden sich in dem Portfolio von Sartorius. Durch diverse Akquisen decken sie eben einen großen Teil dieses Marktes mit ihren Produkten ab. Die Sartorius AG selbst sitzt in Göttingen, ist also ein deutsches Unternehmen, während die Sartorius Stadium Biotech SA eine Tochterfirma bzw. ein Teilkonzern mit Sitz in Frankreich ist. Hier befindet sich also das sogenannte Bio-Press-Solution-Segment. Das Lab-Product-and-Services-Segment ist dann in der anderen Tochterfirma bzw. in dem anderen Teilkonzern zugeordnet. Daher wundert euch nicht, dass hier bei Sartorius auf Platz 7 im Ranking der Medizintechnik-Unternehmen und Gesundheitsdienstleister in Europa hinter Sartorius das Kürzel FR für Frankreich steht. Das bedeutet nämlich, dass hiermit die Tochterfirma Sartorius Stadium Biotech SA gemeint ist. Diese liegt in Europa nämlich auf Platz 7, was den Gewinn angeht. Auf Platz 1 und 2 liegen die deutschen Unternehmen Fresenius und Siemens Healthineers. In der Analyse von Siemens bin ich da auch auf diese Firma näher eingegangen. Diese Unternehmen erwirtschaften aber deutlich mehr Gewinn, in Milliarden US-Dollar gerechnet, als die Sartorius Tochterfirma. Die Sartorius Stadium Biotech Aktie könnt ihr ebenso an der Börse handeln wie die Aktie der Sartorius AG. Und bei der Sartorius AG Aktie gibt es sowohl eine Stammaktie als auch eine Vorzugsaktie. Demnach, wenn ihr nur die Aktie der französischen Sartorius Stadium Biotech SA kauft, schließt ihr genau genommen einfach nur das Laborgeschäft aus. Diese Biotech Tochterfirma von Sartorius liegt auf Platz 4 der größten Medizintechnik-Unternehmen in Europa 2021 nach Marktkapitalisierung. Insofern besitzt diese Tochterfirma eine größere Marktkapitalisierung als die Aktie der Muttergesellschaft. Vergleichbar ist das Ganze in etwa mit der Telekom, deren Tochter T-Mobile US ebenfalls an der Börse mehr wert ist als die Deutsche Telekom AG. Der Umsatz im Markt für Analysen, Bio- und Labortechnik verteilt sich vor allem auf Nordamerika, Europa und China. Wir sehen also, dass die halbwegs ordentliche Marktposition in Europa ganz gut ist für Sartorius, da sie damit auch im weiteren weltweiten Wettbewerb mitspielen können. Dabei sehen wir auch, dass der Markt gemessen an der Mitarbeiteranzahl in Deutschland stetig wächst und sich zunehmend vergrößert. Etwa 50.000 Menschen arbeiten in Deutschland 2020 in dieser Branche. 2009 waren es deutlich weniger als 40.000. Der Markt der deutschen Industrie, der natürlich über zwei Ecken auch für Sartorius relevant ist, auch wenn ein Teil des Unternehmens eben in Frankreich sitzt, zeigt uns hier, dass sich der Inlands- und Auslandsumsatz in etwa die Waage hält. Es wird mehr exportiert, als im Inland konsumiert wird, allerdings spielt der Binnenmarkt eben eine ebenso große Rolle. Eine starke Nachfrage im Heimatland bzw. in einem Nachbarland ist gerade in Krisenzeiten ein wichtiger Faktor. In der Marktposition vergebe ich 4 von 5 Sterne. Grundsätzlich ist die Marktposition von Sartorius schwer einzuschätzen, aufgrund vieler deutlich größerer Player im weltweiten Markt. Der Markt ist relativ stark fragmentiert, das bedeutet, es gibt weltweit viele weitere Mitspieler, die den Markt ergänzen. Allerdings ist der Markt auch sehr stark reguliert, was wiederum eine Eintrittsbarriere für neue aufstrebende Konkurrenten darstellt. In einigen Kerndisziplinen ist Sartorius mit seinen Produkten führend im Markt und somit besitzen sie eine recht stabile Marktposition, die ich hier positiv werte. Folgt auf Instagram dem Kanal TechAktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt euch mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes immer wieder zwischendurch für gute Laune. Im Umsatz sehen wir auch einen Grund, warum die Aktie in den letzten Jahren so kräftig im Kurs zugelegt hat. Sie konnten bereits 2020 ihren Umsatz deutlich steigern. 2021 stieg der Umsatz jetzt zuletzt sogar auf deutlich über 3 Milliarden Euro an. Die Prognosen für die kommenden Jahre sehen weiteres Wachstum auf über 4 Milliarden Euro vor. Die Analysten sind hier also positiv gestimmt, aber für deutliches weiteres Kurswachstum müsste dieses Wachstum sogar noch übertroffen werden. Den meisten Umsatz erzielt Sartorius nach wie vor in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Wachstum ist aber ebenfalls in Amerika und im Asien-Pazifik-Raum gleichmäßig intakt. Warum die Biotech-Sparte von Sartorius gesondert an der Börse unterwegs ist, wird hier etwas deutlicher beim Umsatz nach Sparten. Die Sparte Bioprocess Solutions wächst stärker in den letzten Jahren als die Sparte Lab Products & Services und ist in absoluten Zahlen auch deutlich Umsatz stärker. Der Grund für die Annahme, warum das Wachstum im Umsatz auch zeitnah so weitergehen soll, sieht man in der Entwicklung des Auftragseinganges. 2020 gingen Aufträge im Wert von beinahe 3 Milliarden Euro ein. 2021 schon Aufträge im Wert von beinahe 4,5 Milliarden. Insofern sind die Umsatzprognosen für 2022 und 2023, die wir eben gesehen haben, recht leicht nachzuvollziehen. 2021 steht auch das erste Mal ein Rekordjahresüberschuss von mehr als 500 Millionen Euro zu Buche. In den Vorjahren kamen sie gerade so über die 100 Millionen Euro Marke. Gleiches Spiel sehen wir auch beim operativen Ergebnis, dem EBIT. Auch hier steigt das EBIT 2021 enorm an, auf über 800 Millionen Euro. Die Prognosen für die kommenden Jahre sehen hier ebenfalls eine weitere Steigerung vor. Bereits 2020 schreibt Sartorius selbst dazu, gleichzeitig spielen viele unserer Produkte bei der Bewältigung der Pandemie eine wichtige Rolle, von der Diagnostik über die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika bis zu deren Produktion. Insofern sind sie ein klarer Pandemie-Gewinner. Gleichzeitig haben sie aber bereits im Vorfeld vor allem in den Ausbau ihrer Kapazitäten investiert. Diese Investitionen haben sich jetzt im Wachstum und der hohen Nachfrage natürlich positiv bemerkbar gemacht. Die Investitionen sehen wir hier in dieser Grafik. Das Investment in Forschung und Entwicklung ist sehr linear angestiegen und machte bis 2013 noch einen großen Anteil der Gesamtinvestitionen aus. Bereits 2018 steigerte Sartorius aber deutlich die Gesamtinvestitionen, in neue Kapazitäten zum Beispiel, wie wir an der Gesamtsumme der Investitionen der blauen Linie hier sehen können. Das bessere Ergebnis ist aber nicht nur auf das starke Wachstum im Umsatz zurückzuführen. Sie konnten 2021 auch ihre EBIT-Marge recht deutlich steigern. Von 19% in 2020 geht es in 2021 hinauf auf 26,5%. Eine deutliche Verbesserung. Die Marge soll in den kommenden Jahren hier eher stabil bleiben. Die Bruttomarge war bis 2020 sehr konstant bei ca. 50%. Hier werden die genauen Zahlen für 2021 spannend. Die Fremdkapitalquote von Sartorius ist relativ hoch bei ca. 70%, während die Dividendenrendite zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Was natürlich aber auch an dem enormen Kurswachstum der Aktie lag. Generell würde ich die Dividende bei dieser Aktie aber vernachlässigen. Bis 2018 lag die Dividendenrendite ohnehin nur bei knapp 0,5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist 2020 auf über 100% angestiegen. Viele Anleger haben die Aktie frühzeitig als Pandemiegewinner erkannt. Die Aktie konnte diese Erwartungen dann auch erfüllen, sodass das KGV aktuell bei ca. 50% liegt und sich jetzt langsam wieder etwas niedriger ansiedelt. Gut ist, dass mit steigendem Umsatz auch der Cashflow von Sartorius stark gestiegen ist. Da das Unternehmen in Zukunft weitere Akquisitionen plant, ist ein solider Cashflow enorm wichtig. Im Vergleich zu anderen europäischen Playern in diesem Markt sehen wir, dass der Umsatz von Sartorius noch recht unbedeutend ist. Fresenius führt hier das Ranking mit mehr als dem 10-fachen Umsatz deutlich an. Im Umsatzwachstum hat Sartorius hingegen über die letzten 7 Jahre die beste Performance hingelegt, maßgeblich aber aufgrund der letzten beiden Jahre. Sie kommen auf 17,5% Umsatzwachstum pro Jahr und liegen damit deutlich vor dem Rest. In absoluten Zahlen, was das EBIT angeht, führt natürlich auch wieder Fresenius, einfach aufgrund der Gesamtgröße des Unternehmens. Bei der EBIT-Marge liegt Sartorius mit mehr als 26% fast vorne. Koloplast toppt dies aber noch mit 31,5% EBIT-Marge. Die beste Dividendenrendite erhält man bei Fresenius mit mehr als 2%. Koloplast und Philips kratzen hier auch an der 2%-Hürde. Bei der Fremdkapitalquote ist Koloplast ebenfalls mit dem besten Wert vertreten. Wir sehen also, was Wachstum und Marge angeht, ist Sartorius durchaus konkurrenzfähig, wenngleich insgesamt natürlich nicht so Umsatz- und Ergebnis stark in absoluten Zahlen. Für die Kennzahlen vergebe ich 4 von 5 Sterne. Man sollte das gute Wachstum aber auch nicht überbewerten, da Corona natürlich einen starken Einfluss auf die Nachfrage gehabt hat. Der Anstieg der Aktie im Kurs ist auf die Spekulation vieler Anleger zurückzuführen, die spätestens mit Corona-Ausbruch auf das Unternehmen gesetzt haben. Dennoch scheint die Basis auch für langfristiges Wachstum da zu sein, da sich Investitionen bezahlt machen und auch die Marge sich verbessern konnte. Die hohe Fremdkapitalquote und das noch sehr hohe KGV sind hier ein leicht negativer Beigeschmack, sodass Anleger eventuell ein wenig Geduld mitbringen müssen. Damit wären wir bei den Risiken von Sartorius, sinkende Nachfrage nach Corona. Der CEO von Sartorius behauptet, es könne kaum ein Impfstoff weltweit entwickelt werden ohne die Hilfe von Sartorius. So schön das in der aktuellen Situation auch klingen mag und so förderlich sollte diese Aussage stimmen, dass auch für zukünftigen Impfstoffbedarf ist, so negativ könnte sich diese Perspektive kurzfristig nach Corona auswirken. Zum einen ist dieser Vorteil in der Pandemie bereits im Aktienkurs deutlich eingepreist, zum anderen könnte ein Vorüberschreiten der Pandemie zunächst zu einem Abschwächen dieser Nachfrage führen. Trotzdem bieten sie so ein breites Portfolio an Produkten an, dass ich die Schadenshöhe mit 4 hier sehr gering einschätze und die Eintrittswahrscheinlichkeit auch nur mit 50% bewerte. Also selbst wenn es da nachfragende Rückgänge gibt, sind die nicht sonderlich dramatisch. Das zweite Risiko liegt in den Akquisitionen. Wie zum Beispiel Teile der Life Sciences Sparte von Dennerher 2020 akquirierten sie alleine in 2021 fleißig Unternehmen wie die Zell AG aus Bielefeld. Die Zell Genix GmbH aus Freiburg und das Bioanalytikunternehmen ALS Automated Lab Solutions GmbH aus Jena. Das ist grundsätzlich positiv zu bewerten und unterstützt auch ein weiteres Wachstum in den Kennzahlen. Gleichzeitig bedeuten Übernahmen aber auch immer natürlich ein erhöhtes Risiko in Sachen Rentabilität, Liquidität und Stabilität. Die Integration eines Unternehmens kostet liquide Mittel und es dauert eine Weile, bis sich diese Eingliederungen positiv in den Büchern niederschlagen. Falls überhaupt. Das Risiko von unrentablen Übernahmen, die zu Margenverschlechterungen oder Liquiditätsengpässen führen, schätze ich mit einer Schadenshöhe von 6 und mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30% ein. Da Akquisitionen in dieser Holdingstruktur von Sartorius praktisch an der Tagesordnung sind, ist eben diese Eintrittswahrscheinlichkeit relativ niedrig bewertet. Das dritte größere Risiko sehe ich in den Behörden. Die US Food and Drug Administration, die Europäische Medicines Agency und die Chinese National Medical Products Administration könnten eine restriktivere Vorgehensweise bei der Zulassung neuer Medikamente oder neuer Medizinprodukte an den Tag legen und somit massiv Einfluss auf das Geschäft von Sartorius nehmen. Kurzfristig gibt es für diese Tendenzen bei den Behörden wenig Anzeichen, mittelfristig bleibt es aber auf jeden Fall ein Risiko. Daher vergebe ich in der Schadenshöhe eine 8 bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30%. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Risiken 4 von 5 Sterne. Aus den mir einsehbaren Informationen stellt sich aus meiner persönlichen subjektiven Sichtweise kein Risiko als unausweichlich dar, wenngleich es schon einige mächtige Abhängigkeiten bei der Aktie zum Beispiel zu Behörden gibt. Unter den größten Merger and Acquisitions weltweit in den Jahren 2019 und 2020 lag die Übernahme der Danaher Tochterfirmen ForteBio und SoloHill, durch Sartorius auf Platz 8 von der Größe her. Ca. 750 Milliarden US-Dollar Wert wurden hier transferiert. Auch die bereits erwähnten Übernahmen von deutschen Firmen im Jahr 2021, die vom Wert her natürlich deutlich kleiner waren, fallen natürlich in das Konzept von Sartorius. Ihr Ziel ist es bis 2025 ca. 5 Milliarden Dollar Umsatz zu erwirtschaften, was basierend auf der aktuellen Auftragslage durchaus möglich und realistisch erscheint. Dabei erzielen sie nach eigenen Angaben unter Einbezug der Corona-Faktoren im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 ein Wachstum im Umsatz von ca. 37% pro Jahr. Ohne den Faktor Corona wären es laut Sartorius selbst ca. 27% Wachstum pro Jahr gewesen. Corona bzw. die Produkte, die sie im Rahmen von der Corona-Bekämpfung bereitgestellt haben, sollen 2021 nach eigenen Angaben für ca. eine halbe Milliarde Euro Umsatz verantwortlich gewesen sein. Der gesamte Biotech-Markt bzw. vielmehr die Verkäufe von Biotech-Medikamenten sind seit 2012 stetig am Wachsen, 2020 mal ausgenommen. 2021 erreichten die Verkäufe ihren Höhepunkt bei ca. 351 Milliarden Dollar. Dabei macht die Biotechnology 2020 noch 30% aus, am weltweiten Verkauf von pharmazeutischen Produkten gemessen. 2026 sollen die Biotechnology-Produkte bereits 37% ausmachen. Der Marktanteil von Biotechnology-Produkten wird also zunehmend größer. Nicht nur der Marktanteil der Biotechnologie-Impfarmasektor wird größer, sondern auch zusätzlich wächst der gesamte Pharmamarkt insgesamt, was das Wachstum der Biotechnologie-Produkte wiederum noch größer werden lässt. Beinahe 1.600 Milliarden US-Dollar sollen 2024 für pharmazeutische Produkte ausgegeben werden. Auch dieses Wachstum ist sicherlich positiv für Sartorius, wenngleich dieser Fakt auch bei den Anlegern bereits bekannt ist und daher im Preis eingepreist ist. Kurz gesagt, die 5 Milliarden Euro Umsatz, die sie sich für 2025 vorgenommen haben, sollten sie dringend erreichen, um nicht hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Wenn sie ihre Ziele erhöhen und die angepeilte Marke übertreffen, wäre das aber natürlich möglicherweise, wenn die Nachricht rauskommt, positiv für die Aktie. In diesem Chart sehen wir die Marktkapitalisierung von Sartorius im Vergleich zur durchschnittlichen Marktkapitalisierung im Markt für pharmazeutische Produkte bzw. im Markt der pharmazeutischen Industrie. Hier liegt Sartorius bereits seit 2016 deutlich über den Marktdurchschnitt, was durch das Hoch der Aktie 2020 und 2021 noch mal deutlicher geworden sein sollte. Im Verhältnis zum Markt ist die Aktie also in der Vergangenheit schon immer überdurchschnittlich hoch bewertet gewesen, laut dieser Quelle, was natürlich auch vielleicht mit dem generellen Hype um das Thema Biotechnology zusammenhängt. Zusammen mit dem recht hohen KGV spricht das aber auch dafür, dass die Aktie vielleicht auch recht lange Seitwärtsphasen sehen könnte. In der Prognose gibt es daher ebenfalls optimistische 3,5 von 5 Sterne. Natürlich könnte die Aktie kurzfristig eben den angesprochenen Rückwärts- und Seitwärts-Trend eingehen. Gleichzeitig ist der Gesamtmarkt aber in einem stabilen Wachstumstrend und auch Sartorius könnte mit dem Übertreffen ihrer eigenen Ziele eventuell eine Überraschung hinlegen. In der Marktposition habe ich 4 von 5 Sterne vergeben, trotz keiner direkten Marktführerschaft. In den Kennzahlen gab es ebenfalls 4 von 5 Sterne, wegen starken Margen und einem guten Wachstum. Auch bei den Risiken staubte Sartorius bei mir 4 Sterne ab, da kein Risiko einen kritischen Wert erhielt. Für die Prognose gab es dann 3,5 von 5 Sterne, vor allem wegen der guten Marktlage in ihrem Segment und im Gesamtmarkt. Gleichzeitig gibt es keine derartig überzogenen Erwartungen, sodass gegebenenfalls Raum für Überraschungen da sein könnte. Insgesamt erhalten wir also eine Bewertung von 3,875 Sternen, die ich auf 4 Sterne aufrunde. Meine persönliche Meinung? Ich persönlich finde die Sartorius-Aktie sehr spannend. Natürlich ist die Aktie bereits stark im Kurs gestiegen und muss die relativ klaren, selbstgesteckten und kommunizierten Erwartungen erreichen. Das könnte eben kurzfristig in einer etwas langweiligeren seitwärts- oder sogar abwärtsphase im Markt enden. Spannend wäre die Aktie für mich als Buy-and-Hold-Anleger, wahrscheinlich aber tatsächlich über das Jahr 2025 hinaus, wenn sich das Wachstum bestätigt und die Prognosen angehoben würden. Für Anleger, die eher direkt auf die Biotech-Sparte von Sartorius setzen wollen, empfiehlt sich daher vielleicht eher die Sartorius Stadium Biotech-Aktie, bei der die Lab-Products-and-Service-Sparte außen vor ist. Ich selbst habe die Aktie nicht in meinem Portfolio und aufgrund meiner stark auf ETFs ausgerichteten Anlagestrategie werde ich sie auch nicht in mein Portfolio aufnehmen. Für ein ganz kurzfristiges Investment ist die Aktie aus meiner Sicht auch zurzeit noch nicht so günstig bewertet und rechtfertigt eben nicht das höhere Risiko im Vergleich zu der von mir angewendeten Faktor-Strategie bei ETFs. Spannend an der Aktie finde ich, dass sie zum einen mit ihrem Wachstum und guten Ergebnissen ein Quality-Titel sein könnte, mit ihrer Biotech-Komponente, aber auch mit ihrem Umsatzwachstum eben ein Wachstumstitel mimt. Die Sartorius Stadium Biotech-Aktie ist dabei im Deka Stocks Europe Strong Growth 20 ETF enthalten, einem ETF, der die 20 größten Growth-Aktien aus Europa beinhaltet. Dies unterstreicht die Klassifizierung als Wachstumstitel, wohingegen die Stammaktie der Holding gegebenenfalls eher als Qualitätstitel eingeordnet werden könnte, wenn man so wollte. Die Sartorius AG ist zudem in dem TechDAX ETF von iShares und von Luxor enthalten. Die Stadium Biotech-Aktie von Sartorius ist zudem im iShares Euro Stocks mit ETF enthalten. Was haltet ihr von der Sartorius-Aktie bzw. von der Biotech-Tochterfirma? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche ETF-Analyse ich in der kommenden Woche machen soll. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund.